Sony kündigt offiziell das neue PlayStation Plus mit Spieleklassikern, Streaming und mehr an, Bungie verklagt YouTube-Urheberrechtstrolle und One Piece bekommt zum 25. Jubiläum ein neues JRPG. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und das und mehr gibt's jetzt in den News. Diese News werden euch präsentiert von NordVPN, eurem Partner für sicheres Internet. Geht auf nordvpn.com slash gamestar oder nutzt den Gutschein Gamestar, um euch riesige Rabatte auf das Zweijahrespaket sowie ein Bonusgeschenk zu sichern. Ganz offiziell hat Sony seinen komplett überarbeiteten PlayStation Plus Service angekündigt. Wie zuvor schon von Insidern gemunkelt, fusioniert damit die Multiplayer-Funktionalität des alten PS Plus mit dem Spiele-Streaming von PlayStation Now. Ihr könnt euch künftig zwischen drei verschiedenen Preismodellen entscheiden, die mehr oder weniger Features bieten. Das bisherige PS Plus heißt künftig PS Plus Essential und bietet für 8,99€ im Monat zwei Gratisspiele, Online-Multiplayer, Cloud-Saves und Rabatte. Also alles wie gehabt. Für 13,99€ monatlich gibt's dann die nächst höhere Stufe namens PS Plus Extra. Das enthält zusätzlich zu allen Features von Essential außerdem einen Katalog aus 400 PS4 und 5 Spielen wie God of War, Marvel's Spider-Man, Miles Morales, Returnal und Death Stranding zum kostenlosen Download. Im teuersten Paket, PS Plus Premium, für 16,99€ habt ihr zusätzlich dazu auch einen Katalog an PSP, PS1 und PS2 spielen, die ihr entweder allesamt downloaden oder streamen könnt. Dazu kommt außerdem ein Katalog an PS3-Spielen, die aber nur via Cloud-Streaming angeboten werden. Nur im Premium-Paket soll es künftig zeitlich begrenzte Demo-Versionen von großen Blockbustern geben. Was sich ebenfalls bestätigt, anders als im Xbox Game Pass wird es keine großen Titel wie etwa God of War Ragnarök ab Tag 1 im PS Plus geben. Im Interview mit GamePro erklärt uns PlayStation Boss Jim Ryan, dass das eine bewusste Entscheidung sei. So stehe das PlayStation-Geschäft auf den drei Säulen, einzigartige Hardware, starke Exclusives und interessantes Service-Angebot. Triple-A-Spiele zum Release in den Service zu integrieren, würde die Säulen vermischen und so auch aufweichen, was für Sony auch weiterhin keine Option ist. Okay. Starten soll dieses neue PlayStation Plus übrigens bereits Ende Juni. Noch ist nicht bekannt, wie genau Sony mit bestehenden Plus- und Now-Abos verfährt. Mehr Details dazu lest ihr im Artikel auf GamePro.de. Bereits letzte Woche hatten wir euch über die andauernden Urheberrechtsschwierigkeiten auf YouTube in der Destiny-2-Community informiert. Damals wurden plötzlich Dutzende Destiny-Videos bekannter Content Creator demonetarisiert oder gleich komplett entfernt, weil diese angeblich gegen Urheberrechtsvorgaben verstoßen hätten. Das seltsame dabei, Bungie, das Entwicklerstudio und damit Urheber von Destiny 2, hatte mit der Sache nichts zu tun und wurde sogar selbst zum Opfer. Jetzt geht Bungie auch rechtlich gegen die anonymen Täter vor. Denn wie jetzt die Website TorrentFreak berichtet, erhebt Bungie vor einem Gericht in Washington Anklage gegen insgesamt 10 anonyme Täter. Diese sollen über eigens dafür eingerichtete E-Mail-Adressen, das zum Schutz des Urheberrechts gedachte Content-ID-System von YouTube mit unrechtmäßigen Beschwerden geflutet haben, was zur Sperrung zahlreicher Videos geführt hat. Da viele der entfernten Inhalte zu finanziellen Einbußen bei den Betroffenen und auch Bungie selbst geführt haben, zieht das Entwicklerstudio jetzt vor Gericht. Bungie übt in der Klageschrift aber auch harsche Kritik an YouTube selbst. Immerhin wurde das System jedem beliebigen Täter erlauben, sich zum Urheber eines Inhalts aufzuschwingen, ohne dass das vorab vom Betreiber der Videoplattform geprüft würde. Im konkreten Fall wurden zwischen dem 17. und 22. März neue Gmail-Adressen erstellt, die auf den ersten Blick den Anschein erwecken sollten, zur Markenschutzagentur CSC zu gehören. Bungies Anwälten zufolge wurde das aber nie verifiziert und die Inhalte einfach trotzdem gelöscht. Zudem hatten die Täter dann im Nachhinein an die Opfer in Nachrichten den Anschein erweckt, im Dienste Bungies zu handeln, was den Ruf des Studios nachhaltig geschädigt haben soll. Bungie vermutet hinter der ganzen Welle an unrechtmäßigen Videosperrungen eine Racheaktion für zuvor tatsächlich von Bungie entfernte Videos. So habe man in den Tagen davor eine Reihe von Videos, die lediglich den Soundtrack von Destiny 2 ohne weitere kreative Eigenleistung auf YouTube hochgeladen haben, entfernen lassen. Bungie zufolge gäbe es Hinweise, dass die davon Betroffenen sich jetzt am Entwickler rächen wollen. Bungie fordert jetzt 150.000 Dollar Schadenersatz für jedes entfernte Video. Es bleibt abzuwarten, wie das Gericht entscheiden wird, da der Fall auch Signalwirkung haben könnte, um YouTube zu zwingen, sein System für Urheberrechtsbeschwerden anzupassen. One Piece Odyssey heißt das neue JRPG zur weltbekannten Anime- und Manga-Vorlage. Das hat der Publisher Bandai Namco jetzt zum 25. Jubiläum der Piraten-Saga offiziell angekündigt. In Odyssey erlebt ihr keine bereits aus den Manga oder Anime bekannte Story, sondern eine komplett neue Geschichte, die aber Serienerfinder Ichiro Oda geschrieben hat. Darin stranden die Strohhut-Piraten um Ruffy auf einer geheimnisvollen Insel, die ihr in 3D erkundet, Kämpfe zusammen mit eurer Party dann aber rundenweise absolviert. Entwickelt wird das auf der Unreal Engine basierende Odyssey vom japanischen Studio Ilka, das zuletzt die Pokémon-Remakes Strahlender Diamant und Leuchtende Perle veröffentlicht haben. One Piece Odyssey soll noch dieses Jahr für PC, Playstation und Xbox erscheinen. The Devil in Me heißt die vorerst letzte Episode der ersten Staffel der Dark Pictures Anthology. Und für diesen Abschluss hat der Entwickler Supermassive Games jetzt auch die Hauptrolle bekannt gegeben. Die Oscar-nominierte Jesse Buckley spielt darin die Figur Kate Wilder. Die gerät im Verlauf der Handlung in ein von einem irren Serienkiller bewohntes Hotel. Ersten Bildern zu The Devil in Me nach erinnert das an Filme wie Saw oder Hostel. Wie genau Kate Wilder in die Story passt ist bisher noch nicht bekannt. Trotz Staffelfinale ist nach The Devil in Me noch lange nicht Schluss, denn neben 5 Spielen für eine zweite Staffel Dark Pictures arbeitet Supermassive außerdem am spielbaren Slasher-Film in The Quarry für 2K Games. Es sieht ganz so aus, als bekäme er endlich auch die Xbox-Version von Minecraft offiziellen Raytracing-Support. Denn die aktuelle Preview für Tester listet jetzt Raytracing im Xbox-Store. Das zeigt Games-Journalist Tom Warren in einem Video auf Twitter. Ursprünglich war Raytracing für Minecraft bereits 2019 offiziell angekündigt und zwischenzeitlich auch in Videos gezeigt worden, wurde dann 2020 aber nur für die Windows 10 PC-Version ausgerollt. Aktuell befindet sich die Raytracing-Funktion der Xbox-Fassung noch in einem frühen Stadium, noch gibt's keine Informationen wann das Feature fertiggestellt wird und dann auch in der regulären Version verfügbar ist. Und das war's schon wieder mit den News für heute. Danke euch fürs Zuschauen und wenn euch die Sendung gefallen hat, hat sie doch oder? Dann gebt uns nen Daumen nach oben oder abonniert den Kanal. Schaut außerdem gerne auch unsere anderen Videos wie das hier zum Vampir-Abenteuer Swansong oder diese Überraschung hier. Morgen gibt's die News mit Jules. Bis dahin, weiterspielen! Bis dahin, weiterspielen!